Fehler 81 zeigt zu geringen Flüssigkeitsstand von Wasser und Öl an. Bitte drücken Sie C zum Löschen der Fehlermeldung. Wird wenig Wasser im Display angezeigt, befüllen Sie den Wassertank mit qualitativ gutem Wasser mit einer maximalen Leitfähigkeit von 3 µSiemens, entweder von Hand oder bei automatischer Wasserversorgung nach dem Check Ihres Wasseraufbereitungssystems. Wird wenig Öl angezeigt, ersetzen Sie bitte die Nitramölflasche. Schrauben Sie diese gefühlvoll im Uhrzeigersinn fest. Drücken Sie erst auf Start und danach auf den Sicherheitsring, um den Zyklus erneut zu starten. Sollte der Fehler 81 wieder auftreten, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.